Ich glaube nicht, dass es wirklich so einfach ist. So, ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life's Strange Before the Storm. Wir befinden uns hier auf dem Junkyard mittlerweile, um endlich den Truck zu reparieren, den wir vor einigen Folgen gefunden haben und schon innenräumlich ausgestattet haben. Aber jetzt geht es erst richtig los, so wie es scheint. Und wir haben die SMS von David schon letztes Mal gelesen. Hier sind noch Briefe an Max. Da steht vielleicht noch einen neuen, aber irgendwie. Jetzt. Genau hier, David, das haben wir schon alles gelesen beim letzten Mal. Ansonsten habe ich absolut keine Ahnung, was ich tun muss. Wir gucken uns erst mal die Anleitung an. Aber ich bin wirklich glücklich, dass es hier ist. Verteiler Carboconductor, remove, carbon buildup, lubricate with dielectric grease. Okay, intake manifold, throttle body, vacuum pipe, intake pipe, air filter, seven time belt, crankshaft pulley, coolant pump, AC compressor, tensure pulley. Use 80mm wrench to release adjustment tension. Oh je. Carbon buildup, lubricate with the electric grease. Die Kontakte. Okay. Kontakte. Ich nehme an, das ist das hier vorne. Check. Fangen wir damit an. Ich nehme an, wir brauchen dafür die Wrench, aber ich hätte auch gesagt, wir bräuchten einen Screwdriver dafür. Wir versuchen uns erst mal wieder eine Wrench. Nicht helfen. Dachte ich mir. Äh, wir nehmen den Screwdriver. Sehr schön. Oder auch nicht. Na gut, jetzt muss ich überlegen, macht der Zeige auch ein bisschen mehr Sinn. Sehr schön. Die Batterie ist also fertig. Wird das hier abgemacht? Es ist nicht so, dass ich ein Manual brauche. Nee. Aber ich bin wirklich glücklich, dass es hier ist. Hier steht aber auch irgendwie irgendwas mit einer Batterie, ne? Tension pulley. Nee. Na, wir gucken mal. Okay, das nächste Mal gucken wir mal hier. Was ist das hier unten? Distributor Cap. Die Distributor Cap sieht ziemlich gross. Ich brauche etwas klein, um zu spüren die Gunk aus dem Cap. Uh, screwdriver? Das sollte nur so einfach werden. ABFW Alert System? Oh Gott, Air Quality, danke dafür. Reattach. Gut, also haben wir das auch fertig. Es geht ganz gut voran. Mit was machen wir weiter? Intectube. Äh, sicher? Naja, wenn sie meint Radio. Oh. Na, hilft bestimmt ein bisschen. Ähm, Fuel Filter. Naja, machen wir weiter. I understand you work as a security guard at Blackwell Academy. Is that true? Uh, yeah. Uh, that's, that's true. This thing is going to fuck up. Is that the plan Skip? Uh, hahaha. Yeah, something like that. Fantastic. We're about to play a brand new track from Pisshead. And if you haven't heard these guys yet, what I want you to do is crank that stereo up as loud as it goes. If anyone complains, what do you tell them Skip? Uh, Pisshead rules? Nailed it. I should have seen you come through my periphery. So now I find some comfort in you agony. I'm full on yelling calling. Content to keep despair. I try to put you out. It's no use. You're always there. Oh, oh, oh. Saugute Band, Pisshead. Kann sie echt nicht beklagen. Ich kann das einfach durch den... ...durch den Treibstofffilter durchpusten. Looks like the Serpentane belt could use some health. Ich glaube nicht, dass sowas funktioniert. Ich glaube nicht, dass es wirklich so einfach ist. Das ist gross, aber auch ein bisschen inspirierend. Was sehe ich? Ich weiß. Okay, das ist cool. Wenn es dir Leben gibt, hast du Kunst, ich glaube. Ja, passt. Was machst du denn? Ja, Episode 3. Da haben wir den Raben. Sehr schön. Ähm, was machen wir als nächstes? Das ist ein Serpentine-Belt. Es ist ziemlich los. Wie kann ich es festhalten? Es ist nicht so, dass ich ein Manual brauche. Aber ich bin wirklich glücklich, dass es hier ist. Tensioner-Palle. Mit einer Ranch können wir es machen. Äh, hier ist sie. Gut, damit sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Es ist ziemlich los. Wie kann ich es tightenen? Ja. 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 Ta. Ja. Ja. Na? Pff. Ja. 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 Bitte? Ich brauche dich. Ja! 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 Hey, Junkyard Queen, where are you at? Hey, holy shit, your hair, it's so... Badass, I was gonna say hot, but yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck, no way. Should we check it out? Hey, Price, nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking Bar Mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of Dimebags anymore, Chloe. Where's the money? Ach, na toll. Na, scheiße. Ähm, was machen wir jetzt? Haben wir das Geld noch? Ja, ne? Wir haben's noch. Weiß ich nicht. Fuck. Ich dachte, wir könnten dann eine zweite Folge draus machen. Ich sag einfach mal, wir haben's hier. Oh, oh, oh. Du hast gehört, was zu Drew geschah, nicht wahr? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Don't fucking touch her. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. Is that true? The question is... Is it useful, if we are to be honest with him? Man hat uns gerade mit der Sache mit Drew bedroht. Wäre das jetzt wirklich so eine gute Idee, mit dem Typen Streit anzufangen und ihn zu belügen? Ich glaube nicht, ne? Ich sag mal ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Yeah. Ja, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy. But that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now. Why you give a shit about this woman? Not your business, why do you care so much? A friend. Also, er scheint gerade in einem sonnigen Gemüt zu sein. Nicht sehr aggressiv. Ich glaube, wir könnten damit mitgehen und ihn nicht provozieren. A friend. She's a friend. An old family friend. This chick doesn't have any family. Or any friends. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is now, Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your pro- Rachel? As in Rachel Amber? Hm. That makes so much sense. This is James Ambers fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit. You know? Yep, das wissen wir. We were aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No. They're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now she's going to fill me in on what her daddy is up to. And how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon. Calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. You fucking bitch! You fucking bitch! You fucking bitch! EN CHAL! Damon! What the fuck! Chloe! Go! Now! Uh! Uh! Hold on. Shit. Shit, shit. Hey. Hold on, okay? Rachel? No, no, no. No. No, I'm not losing you. No, I'm not losing you. No, I'm not losing you. No, I'm not losing you to be disappointed. I feel down, I feel down, I feel down, I feel down. I feel down. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery. And now she's resting. Chloe, what happened? It's not our fault. It's not our fault. It's not our fault. It's not our fault. It was our fault. It's not our fault. It was our fault. It was our fault. Sarah, I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? I think you wanted to scare us. So, he'd stop asking questions about his business. Is that how it became violent? Yeah, Rachel is sauer geworden, aber er wollte auch echt dreckig über den DA werden. Also, sag ich jetzt mal, er wollte Dirt on you. Okay, es war unsere Schuld. It was my fault. Ich kann ihn nicht anlügen, oder? Nicht nachdem, was passiert ist. I called her Rachel. And he figured it out from there. It's not your fault. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off, so that we could get to the truck. I heard a scream. But I don't know what happened. And then... We were here. I appreciate you telling me the truth. Gut. Was passiert jetzt mit Damon und was über Sarah? Über Sarah wissen wir ja schon. Was passiert jetzt mit Damon? What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, um... Thank you, Chloe. You saved my world. It will be sometime before Rachel wakes up. I promise I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Hey. Steph. How's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Definitely. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Gut. Also haben wir das auch gelernt. Wir haben Damon nicht beschimpft eigentlich. Wir haben dem Vater die Wahrheit gesagt. Was machst du hier so? Na gut. Eine leere Folge geworden von ein bisschen Truck reparieren. Direkt ins Gefecht. So was passiert nicht oft. I want to stay sane. I need to stay busy. What's there to do around here? Deswegen würde ich sagen, wir machen den Cut und sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Ich hoffe, ihr habt euch diese Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Auf Wiedersehen und ciao.